Ehmel, hast du schon das neue Sascha-Video geguckt? Ich möchte meine Klasse grad noch mal arbeiten, weil mir ja sonst die Chance dazu nicht gelassen wird. Ehmel, hast du schon das neue Sascha-Video geguckt? Nee, mein Morgen. Okay. War er wieder leicht enttäuscht, muss ich sagen. Ich fand das eigentlich ganz cool. Vor zwei Wochen oder so, das war hier richtig geil. Mit dem Geister-Truck. Du spiegst den zusammen. Ach, mit Emil. Du machst das, Emil. War denn der Geister-Truck? Oder der Truck, der zur Hochzeit geht, je nachdem welchen kleinen weißen Düsch oder so der hinten dran gehangen hat. Alter, ich bin low. Alle spielen mit Taktikmaske. Ah, Mist, die Kiste. Echt? Hab ich? Ja, hast du. Ja, hast du. Wusste ich zum Beispiel schon gar nicht. Oh, Jonas, warst ein D-Skin, ja. Echt? Mir sieht voll geil aus. Ich weiß. Guck mal, auf mein Titel. Call of Duty Ghosts. Müsste einfach mal auf dem PC gehabt haben. Okay. Kann er, muss die Tarnung doch haben. Wer hat das Spiel doch, oder? Theoretisch, ja. Leider hab ich dieses Spiel. Leider. Und, und, äh, wenn ich mir das jetzt kenne für die Tarnung? Meinst du, lohnt es sich? Ah, ich führ die Tarnung schon ziemlich sick, ja. Was ist das denn für eine Kacke? Aua, wer hat mich denn von dem Himmel abgeschossen? Da ist der Fall, da. Oh, wir sind wieder dazwischen gerannt. Oh Mann, ey, ich hab nur schon einen von dir bekommen. Ach, ein Assist bekommen. Ei. Habt gut abgelenkt. Danke, Emil, für den Assist. Ah, welch, oh mein, komm. Knister, Knister, überall. Knister, Knister, Knäuschen. Wieso heißt die Kellis Klasse? Was? Kellis Klasse? Hast du bei M27 gespielt? Gut, dann ist, das Fake News, keine Ahnung. 20 relativ wenig. Macht halt überhaupt keinen Schaden, ne? Hier ist was? Ach, war das denn für ein Affe? Bei mir, meine? Ja, er wird verreisen. Nein, ich wollte schon nach Amsterdam. Ja, nicht ohne mich. Jetzt spiel ich mal die Skorpion. Ich glaub, auf der Map ist die, glaub ich, nicht geil. Ich hab die jetzt hier auch nicht ausgepackt. Und? Äh, ja, bei der Bombe, ne? Wissen das eigentlich Clamors und so? Verpissen die sich, wenn man tot ist? Nein. Nein. Und Esmi? Nein. Sicher? Ja. Ja. Wir sind ja nicht bei WW2. Bei WW2 war das, oder? Stimmt. Bei MW3 glaub ich auch, ne? MW2 glaub ich auch. Nein, MW2 nicht. Nein, MW2 nicht. Da hab ich immer noch aus dem Jenseits so viel, weil der Clamor aufschlingt. Wie oft hast du das Spiel eigentlich gespielt? Ja, quasi gar nicht noch. MW2 war richtig geil. Der Heckenbus, der hat auch nicht verdient, das Spiel zu spielen. Stimmt. Wutterschreib ich. Wie doch. Ach, der Hecken muss. Früher war eh auch alles viel entspannter. Wie geilste Zeit war da so siebte, sechste Klasse oder so? Wo wir denn irgendwie fünf Stunden haben... ...zwei... 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 ...einer. Einer bei B-Lang. Aber heute noch ohne mich, ne? Ja. Ja, da wollen wir auch die Welt in Ordnung. Och... ...och... ...man... ...sich über die Cup aufdenken, aber dann selber spielen. Sorry. Hä, wo ist mein Handy? Daniels. Ja. Wenn wir gleich fertig sind, ne? Ja. Man muss doch einen Rubbel rauskaufen. Ja, ich hab auch schon überlegt. Aber, aber kein teures. Nein. Vielleicht wieder fünf, zwei Euro Dinger. Da hab ich nämlich bis jetzt gewonnen. Aber dann reicht das auch. Weil sonst hab ich meine 200 Euro überschritten. Und ich möchte diesen Monat ja noch 6 aus 940 spielen. Witzig dem, äh, Eurojackpot gewinnen. Ja, da spiel ich ja auch mit, aber es kostet ja nicht so viel. Die, äh, 6 aus 940. Bei 6 aus 940 musst du ja zweimal mitmachen. Und Eurojackpot nur einmal. Einer war aus dem Bein, ne? Einer war in der Milton hat geschluckt. Weil die Waffe keinen Schaden macht. Einer ist aus und den Gang ist und einer bei B-On-Spot. Gelle? Ja. Hinter mir. Der müsste B planten. Oder wollte zumindest. Um rechts. Ja, hab ich gesehen. Ja, das Bock im Symbol war im Weg. Hast du gesehen wie schnell ich tot war? Ja, Jonas macht richtig krass Damage. Ich hab einen halt Schiss abbekommen. Sorry. Mach deinen Merkens. Geht damit schon durch. Ist denn ja. Ja. Wollte eigentlich mal wissen, woher ich meine Tarnung war. Bei Alex war es aber auch. Ey, Jonas, geile Tarnung, wo hast du die denn her? Der hat halt noch die Farmers gespielt, die halt immer One-Shot waren. Aber jetzt musst du dich noch besitzen. Spiele hatten jetzt ja auch noch die One-Shot, äh. Muss ich nicht mehr besitzen. Nein, das musst du nur einmal auf dem PC gehabt haben, komischerweise. Boah, ich glaub ich kaufe mir das mal. Ja, und da gibst du es zurück, dann hast du die Tarnung. Oh, das ist eine gute Idee. Ey, das ist echt eine gute Idee. Die hast du, glaub ich, sind sie glücklich. So, glaub ich auch. Ich glaub ich, dass du das Spiel erst checkt. Bei mir hat es ja nicht gecheckt, als es mal for free war. Als es mal for free da hast du es gespielt. Und wie fandest du es? Ja, ich fand es echt nicht so kacke eigentlich. Den hast du aber auch gespielt? Oh, um im Haus. Wann hast du es gespielt? Fun. Wie lang? Wie lang? Kann ich das eigentlich irgendwo nachgucken? Jetzt mal wieder auf meinen Frage antworten? Ich weiß es ja nicht. Mitte. Low. 5. 3. Oh, der war sehr low. Da kommt immer einer zum Absnacken. Der ist ja schlimmer als im CSGO. Ist das die Standardklasse? Nein. Oh, die Hitmarker sind weg. Der schießt in der Hauswand und trifft mich anscheinend. Alles klar. Boah, ich bin mir warm, ey. Oh, der. Ach, bei mir geht's. Die Mehrgranaten waren in die Sekunde nicht verfügbar. Ich hab gar keine Prima-Granaten. Ey, keine. Oh. Ein Schnabel. Ich glaube, ich nehme aber echt eine Luftmatratze mit nach Hause. Dann ist doch viel chilliger, wenn da irgendwo Platz für ist. Dann nehme ich das Bett. Willst du nicht mit Kelle in einem Bett schlafen? Nein, nix so gerne. Dann wird mir morgens wach und dann auf einmal ist mal umarmt und eine Löffelchenstelle oben. Kommst du auch nicht mehr weg? Nee. Lammertig fest. Wie so ne Zecke. Musst du ja wissen jetzt, ne? Da passt du hier, Kollege. Der andere wird wohl auch hier irgendwo Richtung Abend unterwegs gewesen sein. Der andere ist ja noch mal. Der andere ist ja noch mal. Der andere ist ja noch mal. Direktive erfüllt. Wie ist denn da hinten? Ist gar nicht so geil. Ich dachte, die wäre OP. Ach, komm. Ah, DS-12. Ist gar nicht so geil. Guck mal, wie das der ausgehalten hat. Ja, guck mal, wie viel der Jonas ausgehalten hat. Ist ja gar nicht mal so geil, die es gab. Ja, ihr wolltet Black Ops 2 spielen, nicht ich? Also beschwer' die nicht. Das Ziel räumt. Da ist der Front, ach, Primärgranatenverein, die Sekunde nicht verfügbar. Bank und, äh, Fenster. Der ist dort. Bank und Fenster. Also, okay. Ja, so Fenster. Ja, ich weiß schon. Alles safe. Esmin und Dingslack da nur. Aber die Esmini lag richtig schlecht, warum man die da geplant hat, hat ja gar keine Ahnung vom Spiel. Achso, das warst du. Ja, war okay. Ja. Ja, die war echt kack. Ich glaub, die war vorher gegen eine Bank gelehnt. Ja, die war tatsächlich so gut. Ich muss mich nicht mehr drucken. Och, lass mich doch reinklettern. In der Bank, in der Bank, in der Bank. Was für eine Bank, eine Holzbank? Bench. Bench. Nice. Was hast du denn da grad die ganze Zeit geschossen? Was? Auf was ihr da grad geschossen habt? Auf dich? Ich hab dich so lang gelaufen gesehen. Ja, aber ich war doch schon lange da drin und der wird noch geschossen. Ja, ich dachte, du drehst dich direkt um. Du hast das gesagt, wenn du den Trailer, den ich dir geschickt habe? Ich fand das nicht cool. Ah, ich weiß auch nicht so genau. Das sieht wieder so 0815-Binno-Kack da aus. Das ist ja auch von Peter Jackson, ne? Ja. Das war zu den fahrenden Häusern. Ja. Mit den fahrenden Städten. Peter Jackson hat auch The Hobbit gemacht. Oh Gott. Aber auch King Kong und Herr der Ringe. Das muss man dem zugutehalten. Und Braindead. Ich hab' die Bombe oder ein Spawn. Oh Mann ey, ich bin so schnell tot. Was? Nee. Du hast mich aber auch nicht einmal getroffen. Nee, ich, trotzdem war ich schnell tot. Geht eigentlich, du warst am Stück auch im Lauf von dem einen. Ey komm, was geht's jetzt? Du hast no Scorpion geschossen, ne? Was ist das mit der Scorpion auch, ne? Weil du damit zielst, hast du verloren. Ja gut, aber wir gehen 80% der Schüsse vorbei. Weil du Laserpointer hast nicht. Doch. Das ist eigentlich so Laserpointer, der ist so integriert, dass die Schüsse da lang gehen. Die werden davon geleitet. Huh. Nee, 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 mach mal nicht. Mit der Scorpion einfach im Symptom. Wow, mit der Scorpion. Ich hab' nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Das ist doch nicht schlecht. Ich mach' keinen Schaden, ich mach' einfach keinen Schaden. Oh, war ich rot. Ich mach' keinen Schaden. Ich hab' das zweite Messern war aus Versehen. Ich hab' nicht verklickt. Ja, Maustaste und E, da kann man sich ja mal verdrücken, ne? Ja, hab' ich auf der Maustaste überlegt. Ja, hab' ich auf der Maustaste überlegt. Ja, hab' ich auf der Maustaste überlegt. Ach, so einer bist du auch noch, so'n ganz trauriger. Nee, das Problem ist, hab' ich in Destiny hab' ich mir ja dahin gelegt, weil sonst das auf V ist. Zauber, Kränzer und E braucht man in Destiny. Deswegen heißt mir jetzt schon ein bisschen angewöhnt, so auf Maustaste. Hm, natürlich. Glaubst du auch, ey. Destiny ist so'n richtiges Richtigspiel. Lass mich raten, du hast messen auf linke Maustaste. Mausradkeller. Ey, 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 ey. E-E-E-E-E-E-E-E-E. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Der ist gang ist gelaufen. Die neue Pizmieter, dass die wieder alles auf dem Zugladen. hab ich heute noch geschossen ich glaube nicht das west euch eigentlich dort gewesen warum haben die jetzt eigentlich in wochen best of gemacht weil normal best of nicht so gut fahren also das ist ein best of themen jetzt ja das war gar nicht so könnte da waren aber nur drei spiele oder so drin ich weiß nicht wie das monats best of aussehen wird einfach die zusammengeschnitten oder gar nix der beste verfolgen geschnitten hatte ich von mir auch kein monats best of raus haben die gucken man sich ja eh bei dem adamaka an aber ich war schon drei kilometer post ja das warst du auch aber ich habe durch die hauswand geschossen das ist so dreist alter das ist so dreist aber die idee zu bettel gehabt du warst gar nicht mal so viel spaß aber der letzte den du angeschrieben hast bestimmt jetzt habe ich gar nicht angeschrieben ist aber wenn wir jetzt mitgeschrieben hat ja die haben alle bock darauf ja zum beispiel vor besprochen das haben wir nicht mal mit so besprochen jetzt hat mich in fifa mal gefragt ich habe keller einfach mal so gefragt ob er theoretisch bock zu hätte da muss man nur dich überlegen das ist ich mach kein schaden ich mach keinen schaden antrage teampartner wechsel ich mach keinen schaden das ist das das heißt eigentlich doch bis jetzt ein hund oder was jetzt ist ein dummer und der andere läuft auch wieder rum heute gab den nathan kopf zu essen ein ausrüstung wurde zerstört ein scared wo war sie weiß ich nicht genau oder auch nicht du hast ein paket verloren in der fensterkarte ich habe kein menschen ok letzter schluss hat gesagt wer der ist der letzte schluss hat gesetzt und ich bin rot wie also ja das bombo auf der fensterkarte liegen lassen ich wollte perfekt schnell geguckt und das ist ein guter film was man schon erzählt du mochtest den ja eigentlich nicht nee du hast mir gesagt das ist ein gangsterfilm das ist doch das ist auf jeden fall ein gangsterfilm ja aber es geht nicht ob es sich darum ist ein guter film doch das geht darum dass bruce willister probleme mit dem gangster hat das ist so gut man dass der nicht gestorben ist wieder ich habe wieder ein halbes magazin auf dich geschossen ja auch auf dich jetzt habe ich dir die knieschreiber aber auch nicht ausgeballert bei mir habe ich auch nicht noch geschossen ja bei mir habe ich mit der schruf hintermacht gerade auf dich geschossen vor zwei Wochen hast du ja auch kam war noch in der letzten kickcamp zu sehen echt ja endlich ist sogar auch getroffen aber die runde war vorher vorbei ach so habe ich er saß mitte vor mir aber ich spiel einfach nicht ohne waffen anderes mitte raus hat sich der typ denn vor allem beide bei dingen nein 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 das ist ein scheißspiel das ist der mittelfenster b jetzt geht auch mittelfenster a mittelfenster b das fenster das ist das ist das ist das ist das gute alte kann im mittelfenster das ist das nicht so gut der waffel sollte sich hier den tür rahmen schießen ich habe auch nicht sterben können da auch mann ich war kurz vor meiner killstreak 1,2,3,4,3,4,3,4,4,5 ich gehe mich mal hier kurz zu graben gett ehm ey oh mann na geht doch aber ehm ich war kurz vor meiner killstreak was soll denn das oh mann ey ich brauche da immer wieder kills ja aber da kill doch keine ja hab ich doch aber ich brauche mehrere in black ops 2 strahlen in 30 prozent mehr damage wird auch immer das blaue oder so heißen wieder aussieht wenn du die schaltfläche weg gibt hast du verschiedenfarbe die knöpfe kirschrot amtelrot tomaten rot hallo alter alter wer war das von euch jetzt vermutlich jetzt weiß warum die die war eigentlich ganz perfekt habt ihr nicht gesehen da weiß was daran dumm war macht man die hälfte der bombe hat die hälfte schadens gefressen weil diese gegen die bombe explodierte sonst wäre ich dreimal tot gewesen ja bei dir das ist ja das wird einfach mal verbieten ja sonst verbietet er immer alles aber ich auch für jonas was sagst du zu messern ja er schon hart abfugt vor allem der kill ist der einzige bei dem es immer trifft also wenn ich wässer der gemässer der immer erst mal alles außer der gegner ja mein erster gar nicht aus dem parkett vorne auch klettert stand eine sekunde vor ihm und dann konnte ich gar nichts machen aber das ist noch besser gar nicht messer ist besser als kacke wässer wenn man kacke messer da kann man jetzt gar nichts machen oh der war in zittung boah alter ich muss so hart niesen ne was tut dann ist xp zu niesen gesehen hat nicht bei uns im sporn muss keine gewesen sein glaubt das war unser spawn hilfer dahinten wo ich hingeguckt habe ich wollte bei nache mal noch beten und dann wollte ich mich hinlegen aber das hat von der zeit nicht ganz gepasst ich bin gesporn habe erst mal weggeschmissen hast quasi clay geworfen die erste bine geworfen war ein schöner spiel hat es mir abkarte ich mir zurückkehr zur basis für neue befehle prinzip eigentlich die bank